Ich starte mal die Aufzeichnung. Ab jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ja. Ja, also willkommen zur Datamodellierung mit Power BI. Power BI ist ein recht tolles Tool für Selbstservice BI auch. Das heißt, da kann man losstarten. Wenn man ein paar Excel-Kenntnisse hat, kann man mit Power BI schon losstarten. Und ich sehe aber immer wieder, dass die Leute unterschätzen, dass das in Wirklichkeit, dass wir da eine Datenbank bauen und auch wenn wir uns davon abschecken lassen, dass da eine Datenbank im Hintergrund ist, müssen wir daran denken, dass die Daten irgendwie modelliert werden müssen, damit das gut funktioniert. Gut meine ich jetzt, im leichtesten Fall kann es sein, dass es einfach zu langsam ist. Im blödsten Fall kommen dann falsche Werte raus. Und das wollen wir natürlich nicht. So, dann werden wir da weiter schauen. Also, meiner Meinung nach ist Markus und ich arbeite mit Modellen, sage ich da an der Stelle immer. Und da haben die Leute ganz unterschiedliche Vorstellungen, von was ich da spreche. Manche Leute glauben, ich arbeite mit hübschen Menschen. Dabei arbeite ich einfach mit hübschen Datenmodellen. Wobei das, was ich da dargestellt habe, nicht ganz so hübsch ist. Das ist nicht ganz ein Start-Schema, würde ich sagen. Es ist zwar vom Adventure-Works übernommen, aber es ist ein bisschen ein Durcheinanderschema. So sollte es, wenn es nicht, nicht immer ausschauen. Ja, Power BI, der ist schon vorausgeschickt, ist eben ein Self-Service BI-Tool. Und als Self-Service BI-Tool rechnet man nicht damit, dass man da irgendwie über Datenmodellierung, was eigentlich sonst Leute machen, die mit Datenbanken arbeiten, sich Gedanken machen. Und das Tool ist auch gut, dass es immer wieder Sachen errät oder Sachen eh auf die richtige Art und Weise macht. Aber das muss halt nicht immer genau stimmen. Das heißt, manchmal stimmt das, was es errät und manchmal stimmt es dann nicht. Und wie schon in der Einleitung gesagt, manchmal gibt es da halt einfach dann Potenziale für Verbesserungen. Und weil das eben manchmal falsch sein kann, was das Tool da macht für uns. Gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht. Ich weiß nicht, ob das im deutschsprachigen Raum ist, aber in Österreich sagt man das gerne, dass ja gut gemeint das Gegenteil von gut gemacht ist. Und ich habe mitgenommen Beziehungen, also Beziehungen in den Datenmodellen. Wir werden jetzt nicht über Ehemänner und Ehefrauen sprechen oder Katzen, sondern in den Datenbeziehungen werden wir uns anschauen. Wir werden über etwas sprechen, Denormalisierung. Also jemand, der Informatikhintergrund hat, dem sagt das vielleicht was. Allen anderen lehnt es euch zurück. Ich werde euch das erläutern. Und ganz wichtige Dimension ist immer die Datumsdimension. Da kann man viel falsch und viel richtig machen. Darum habe ich da extra einen Agenda-Punkt aufgenommen. Und dann kommt es darauf an, wie schnell oder langsam ich spreche, ob man dann sehr viele Use Cases haben oder ob sie dann noch verlängern wollen. Ich stelle immer wieder fest, dass meine Vorträge auf Deutsch länger dauern als auf Englisch. Und ich habe immer gedacht, das liegt vielleicht daran, Deutsch ist meine Muttersprache, auch als Österreicher ist Deutsch meine Muttersprache, dass ich einfach mehr spreche, wenn ich auf Deutsch rede. Und meine englischsprachigen Freunde haben mich darauf hingewiesen, dass einfach die englische Sprache viel kürzer ist als die deutsche Sprache. Also man denkt zum Beispiel an Pen und Kugelschreiber. Und das mag der Grund sein, warum es jetzt vielleicht einfach länger dauert, auf den Punkt zu kommen, als wenn das auf Englisch wäre. Wir fangen mit Relationships an, mit Beziehungen. Die Beziehungen, jeder, wer sich mit Datenbank mal auseinandergesetzt hat, da können wir gleich mal eine Frage in die Runde schicken. Wer hat denn schon mal Foreign Key Constraints in einer Datenbank angelegt? Mich interessiert das einfach. Könntest du da in den Chat reinschreiben? Wer hat schon mal, also ja hinschreiben, wer schon mal, da plus eins, genau, wer hat denn schon mal Foreign Key Constraints angelegt? Fremdschlüssel. Das sagt dem Markus was. Den anderen sagt das nichts oder die trauen sich nicht zu schreiben. Okay, auch die Katrin schreibt. Okay. Also die Foreign Key Constraints in der Datenbank klingt recht wichtig. Ist es auch, Constraints sind auf Deutsch Einschränkungen. Damit schaffe ich, dass ich verhindere, dass jemand die Umsatztabelle in den Umsatz einfügt für einen Kunden, den es in der Kundentabelle gar nicht gibt. Also, dass ich nichts Ungültiges reinschreiben kann. Und ich kann das auch so einstellen, dass ich sogar was einstreben muss. Und das muss gültig sein. Das ist eine coole Sache für viele Datenbanken, weil die Datenbank ja oft das Last Resort ist, um die Datenqualität hochzuhalten. Weil da bist du ja so, in einer App kann ja etwas passieren, aber wenn das an der Datenbank eingestellt ist, kann das dann nicht passieren. Diese Beziehungen, die wir da setzen, schauen so ähnlich aus wie diese Constraints. Und es ist sogar so, wenn ich von einer Datenbank Daten in Power BI lese, wir wissen ja, es gibt glaube ich über 200 Konnektoren inzwischen. Da sind auch welche dabei, dass ich von Datenbanken was lesen kann. Wenn ich das mache, dann und es sind Foreign Key Constraints, also Fremdschlüsselbeziehungen definiert, dann überlebt man das Power BI das automatisch als Filter. Und diese Filter sind aber keine Constraints, die verhindern nicht etwas. Die verhindern nicht, dass ich jetzt in die Umsatztabelle einen Kunden einfüge, den es gar nicht gibt, einen Umsatz für einen Kunden, den es gar nicht gibt, sondern das geht in die andere Richtung. Wenn ich in einem Bericht einen Kunden ausgewählt habe, in einem Slicer oder über das Cross-Filtering, gibt es ja viele Möglichkeiten, wie etwas gefiltert wird in Power BI, dann stellt Power BI sicher, dass ich dann nur die Umsätze von dem Kunden sehe, den ich gerade ausgewählt habe, dem oder die Kunden. Also das ist ganz wichtig, diese Filter, weil wir uns das ja auch erwarten. Oder wenn wir eine Tabelle machen und wir listen dann die Kunden auf, dann wollen wir daneben immer nur den Umsatz, den ich jeweilige Kunden sehe, der am Anfang in der Zelle steht und nicht von allen Kunden. Also das ist ein ganz wichtiges Konzept. Die Filter können oder sind standardmäßig so eingestellt, dass sie in eine Richtung gehen. Also immer von Kunden zu den Umsätzen, immer von dem, wo ich kopiere, wo ich filtere, zu dem, wo die Daten drinnen sind. Das kann ich aber einstellen. Ich kann es auch in beide Richtungen gehen lassen und das scheint manchmal ganz praktisch zu sein. Wenn ich also möchte, dass ich jetzt, keine Ahnung, von meinen Umsätzen habe ich schon einen Zeitbereich ausgewählt, dann möchte ich vielleicht nur mehr die Kunden zur Auswahl haben, die in diesem Zeitbereich einen Umsatz haben. Das schaffe ich, indem ich diese Filter in beide Richtungen gehen lasse. Also die Umsatztabelle gefiltert ist mit Datum und die Umsatztabelle filtert dann auch die Kundentabelle. Also der Filter geht in beiden Richtungen. Das erkauft man sich aber sehr teuer, wenn die Performance ziemlich darunter leidet. Und bei komplexeren Modellen kann es durchaus auch sein, dass das dann nicht mehr funktioniert, dass ich kein weiteres mehr dazufügen kann mit beiden, weil das Modell dann nicht beeinträchtig wäre. Also die Empfehlung wäre, von diesen bidirektionalen Filtern Abstand zu nehmen, wenn es irgendwie geht. Und die Kardinalität habe ich schon gesagt, das ist eben das, das ist ein, oder habe ich noch nicht gesagt, aber das ist auch wieder ein wichtiger Begriff, Kardinalität klingt recht bedeutungsschwanger. Da geht es eben darum, dass ich einen Kunden habe und der kann eben mehrere Umsätze haben. Er kann mehrere Umsätze haben, und nicht jeder Kunde wird mehrere Umsätze haben. Ein Kunde, der gerade die erste Bestellung abgegeben hat, hat einen Umsatz. Ein Kunde, der gerade neu angelegt wurde, noch gar nichts bestellt hat, hat keinen Umsatz. Aber potenziell hat ein Kunde mehr als einen Umsatz. Umgekehrt, ein Umsatz kann ich genau auf einen Kunden zuordnen. Und dann spricht man eben von einer One-to-Many. Ein Kunde, mehrere Umsätze. Das wäre auch der Standardfall, das sollte man auch anpeilen. Es gibt auch diese One-to-One, dass ich also einen Kundensatz habe und dann haben wir noch eine Kundendetail-Tabelle und da gibt es genau immer eine Entsprechung. Es gibt Kunden, die haben ein Detail oder es gibt ein Detail, das kann ich genau auf einen Kunden zuordnen. Das würde man in der Regel vermeiden. Das würde ich alles zusammenziehen in eine einzige Tabelle, weil es eine Eins-zu-eins-Relation ist. Und da gibt es auch das Many-to-Many. Das gibt es erst noch nicht so lange, wie es Power BI gibt. Das ist, glaube ich, im letzten Jahr dazugekommen oder Anfang dieses Jahres. Ich habe es vergessen, und das ist, da haben wir jetzt nicht im Ersten gesagt, dass sie keinen Hintergrund in Datenbanken haben. Das ist in dem Fall jetzt gut, weil alle Leute, die mit Datenbanken schon mal gearbeitet haben, die assoziieren mit diesem Many-to-Many etwas ganz Bestimmtes und dieses Many-to-Many da im Power BI ist etwas anderes. Wir wissen ja, die Microsoft ist nicht immer ganz genial mit der Namensgebung. Die verwenden oft Begriffe, die sich schon irgendwie verbreitet haben und definieren die dann nochmal neu um. Wir denken, bei Power BI gibt es auf einmal das, was wir da bauen in Power BI, Desktop, da würde jeder sagen, das ist ein Dashboard, weil dann mache ich Charts und dann mache ich Filters. Nein, nein, das ist ja ein Bericht, weil Dashboards haben wir im Power BI-Service. Und so ähnlich ist es mit dem Many-to-Many. Also das hätte eigentlich, Marco Russo, glaube ich, hat vorgeschlagen, dass man als weak, als schwache Beziehung, dass also diese Filter nicht immer ganz in beide Richtungen funktionieren, definieren. Wir werden dann gleich in der Demo sehen. Und da habe ich schon gesagt, vor allem dieses Many heißt Zero, One or Many. Also es kann auch einschließen, dass keiner, kein Satz vorhanden ist für diesen Kunden oder nur Einsatz vorhanden ist. Und da schauen wir uns jetzt gleich in der Demo an. Eine Demo über Beziehungen. Und wir gehen natürlich gleich in diesen Model View rein. Das ist das, was mich da interessiert. Und ich habe da eine One-to-Many-Beziehung. Wir haben da zum Beispiel ein Account, also ein Konto, denkt man an ein Bankkonto, das hat eine Beschreibung und lässt sich eindeutig über eine ID identifizieren. Das könnte die Kontonummer oder so etwas sein. Und dann habe ich Transaktionen, Bewegungen, die über diese Account, auch eine Account-ID verfügen. Und wir sehen da, das ist eine One-to-Many, eine Eins-zu-M oder Eins-zu-N-Beziehung. Und der Filter geht in die Richtung vom Einser zum Many. Das ist auch der Standardfall. Also dieses Dreieck hat den flachen Teil zum Account und den Spitzenteil zur Transaktion. Das heißt, der Account, wenn ich einen Account auswähle, filtert er die Transaktion, aber nicht umgekehrt. Und wenn ich da mit der Maus herfasse, da sieht man auch dann, welche Spalten da miteinander verknüpft sind. Genau, über die Account-ID. Wenn ich das anlege und das würde nicht vorhanden sein, kann ich einfach die Account-ID nehmen und einfach da drüber ziehen. Die Reihenfolge spielt keine Rolle, ob ich es in die Richtung ziehe oder in die andere. Power BI ist schlau genug. Das merkt sich praktisch, was da an Daten drinnen sind und erkennt dann, dass in dem Fall ein One-to-Many drinnen ist. Auch das ist eine coole Sache, aber wieder Vorsicht. Manchmal arbeite ich mit Entwicklungsumgebungen, wo nur so Pseudodaten drinnen sind. Und da kann es durchaus mal sein, dass in der Entwicklungsumgebung für jeden Account nur eine Transaktion da ist, weil es Testdaten sind. Da hat nicht jemand zwei Transaktionen angelegt. Dann wird Power BI eine Eins-to-Eins-Transaktion anlegen. Da immer bitte nachdenken. Auch das wird ja gut gemeint, aber könnte Nachteile haben, wenn wir nicht drüber schauen. Wenn wir nämlich dann die richtigen Daten laden, dann kriegen wir auf einmal eine Feldermeldung beim Laden, wo dann sagt, das geht ja gar nicht, das ist ja gar keine Eins-to-Eins-Beziehung, wir haben da ein Problem. Also immer nachdenken. Ausschauen tut das so. Ich habe da die Transaktionstabelle, die ist wirklich so schlank, da gibt es nur die paar Sätze drin. Ich habe eine Account-Tabelle angelegt mit Bill, Jeff, Bill, Jeff und Markus und dann gibt es da oben einen Bericht. Und wenn man da jetzt etwas filtern möchte, ich kann jetzt den Account Bill anklicken. Ich habe gesagt, meine One-to-Man-Relationship, die geht in die Richtung. Wenn ich das anklicke, tatsächlich, wir sehen jetzt nur die Accounts von 11 oder es geht mit 12 oder was auch immer. Bei Markus sind die bei der Tegel ganz kleine im Vergleich zwischen Bill und Jeff. Aber in die andere Richtung funktioniert es nicht. Wenn ich also da 11 anklicke, ändert sich bei der Account-Tabelle gar nichts, weil die Beziehung so gesetzt ist, dass der Filter nur vom Account in die Transaction geht, nicht in die andere Richtung. Wir haben eine einfache Beziehung, also eine einsätzliche Richtung und die geht eben von der Einser zu Many. Jetzt könnte natürlich wir sagen, Markus, halt uns nicht für blöd. Wir sehen doch, wenn du Transaktionsherum klickst, dass sich da oben in dieser Tabelle etwas ändert. Wir sehen da, jetzt habe ich da angeklickt, tatsächlich, wir sehen jetzt nur die Umsätze von 11. Wenn ich das wieder weg, haben wir alle Umsätze. Und wenn ich 14 anklicke, sehen wir da oben tatsächlich nur den Markus. Der Grund dafür ist, und das macht das Erklären oft ein bisschen schwierig, dieser Filter, der da passiert, ist ein Cross-Filter. Das hat nichts mit dem Modell zu tun. Wir können ja, wenn wir da, von Charts kennt man es am meisten, wenn man so einen Balken anklickt, dann filtert der die anderen auch mit und das ist ein Standard-Feature in Power BI, das eingeschaltet ist. Und das ist da noch aktiv, das habe ich absichtlich eingeschaltet lassen, damit ihr auch seht, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, warum sich was filtert. Aber der Grund da ist jetzt nicht über das Modell, sondern das ist einfach, diese beiden Visuals filtern sich gegenseitig und das könnte ich verhindern, indem ich bei Format reingehe in die Interactions und könnte das da zum Beispiel einfach abschalten. Dann ist dieser Filter nicht mehr aktiv. Also, cooles Feature, aber manchmal macht es es ein bisschen schwierig, dass man dann Sachen wem erklärt, weil es eben mehrere Möglichkeiten gibt, warum da ein Filter passiert. Schauen wir kurz zum nächsten, eine One-to-One-Relationship, das wird eher, wie gesagt, selten sein. Das würde ich in eine Tabelle zusammenziehen normalerweise. Ein einziger Grund, der mir einfällt, wäre, dass das zwei verschiedene Datenquellen sind, die ich halt noch in Power Query noch nicht zusammen verknüpft habe oder auch unterschiedlich refreshen möchte zu unterschiedlichen Zyklen. Dann kann das unter Umständen sinnvoll sein, dass ich das in zwei Tabellen auftrenne, in Tabular Fall. In Power BI kann ich keine einzelnen Tabellen so vernünftigerweise refreshen. Genau, also hat man dann da eine One-to-One-Relationship und dann habe ich Customer, Customer-Detail und es gibt da genau immer einen Satz in beiden Tabellen. Und dann haben wir noch dieses One-to-Many-to-One, das heißt, ich habe da eine Eins, eine One-to-Many-to-One. Was ich da in Wirklichkeit habe, ist, ich habe die Transactions in der Mitte und die filtert, ich habe die Account in der Mitte, ich habe die Transactions da, die kennen wir eh schon und es gibt auch noch eine Account-Customer, wo ich also die Account-ID mit einer Customer-ID verknüpfe miteinander und auch da haben wir wieder den Filter von der Account weg, aber nicht in die andere Richtung. Das heißt, wenn wir uns das da wieder anschauen, wir kennen das ja schon, wenn ich jetzt den Account filtre auf Bill, dann filtert der sowohl die Account-Customer als auch die Transaction, weil die Filter von der Account weggehen, aber nicht in die andere Richtung, weil ich drücke das, die Transactions weg, aber in die andere Richtung funktioniert es nicht. Also dieser Account, wenn ich da filtre, filtert den Account-Customer, wenn ich da filtre, filtert der nicht den Account und nachdem er das nicht filtert, kann er auf keinen Fall auch die Transaction filtern. Also das geht dann nicht weiter. Und zu guter Letzt hätten wir dann noch eine Many-to-Many-Relationship. Der Klassiker wäre der, dass also ein Account, dass es mehrere Leute gibt, die auf diesen Account zugreifen können. Wir hätten also eine tatsächliche Datenbank, klassische Many-to-Many-Relationship. Ein Customer kann ein oder mehrere Accounts haben. Also ich habe einfach mehrere Konten bei der Bank und auf das Konto, auf das ich zugreife, könnte ich zum Beispiel auf einzelne Konten davon auch meine Frau oder meine Geschäftspartner zugreifen lassen. Es kann auch durchaus sein, dass ein Account von mehreren, mehreren Customern zuzuordnen ist. Das ist der klassische M-zu-M-Beziehung und die löst man auf in der Datenbank. Also wer Datenbank Hintergrund hat, für den ist das völlig klar. Jemanden anderen muss man das sozusagen erklären. Ich könnte halt schon eine Many-to-Many-Relationship machen. Das führt aber zu negativen Effekten in manchen Fällen und wenn es Zeit bleibt, werden wir das dann sehen bei diesem Budget-Konten. Das löst man auf, indem man eine Bridge-Table, ein sogenannter Bridge-Table dazwischen gibt. Das heißt, ich habe eine Tabelle, wo ich die ID vom Account und die ID vom Customer nur das drinnen habe. Alle IDs, die ich brauche, um die zwei zu verjoinen. Und das ist eine distinkte Liste von allen Accounts und also allen Kombinationen, die tatsächlich existieren zwischen Account und Customer-ID. Und damit habe ich jetzt von der Account auf die Account-Customer wieder eine 1-zu-viele-Beziehung, weil ein Account kann auf viele von diesen Account-Customers zugeordnet werden. Aber auch umgekehrt, der Customer eine 1-zu-viele-Beziehung der Account-Customer, weil ein Customer viele Accounts haben könnte. Und nachdem ich da diese Zwischentabelle habe, ist jetzt keine Many von der Account zu Customer und Many von Customer zu Account, aber über diese Zwischen, die hat das praktisch zwischengespeichert oder zwischenabgefangt. und ich habe jetzt ein One-to-Many, Many-to-One-Relationship. So löst man das auf. Und das solltet ihr auch im Hinterkopf behalten. Also falls ihr solche Dinge habt, wo mehrere Einträge da, auch mehrere Einträge dort haben können, aber auch in die andere Richtung, dann wäre das ein Klassiker, um diese Bridge-Table anzulegen. Und ich darf nicht vergessen, ich muss immer diese Datad erschließen, damit er dann automatisch die andere aufmacht, dann safe. Die Normalizing, was ist das? Wir hatten schon mal, ja, danke, ja, wir sollten da folgen, natürlich, ja, damit ihr die 500 vollkriegt, die Katrin. Die Normalizing, wir hatten schon mal was über Normalformen gehört. Also Klassiker, dritte Normalform oder Boy-Scot-Normalform oder solche Sachen. Schau es raus, auch nicht, wäre Erwartungsgemäß, weil das fast in dasselbe reinkommt, also wenn man sich mit Datenbanken beschäftigt, wenn man einen Kurs auf der Uni oder irgendwo über Datenbanken belegt, dann wird man dort über Normalisierung und dritte Normalform und so weiter was hören. Schauen wir uns an, was sich da dahintersteckt. Der Begriff ist eigentlich Normalizing und dann ist das Denormalizing später dazugekommen. Aber lassen wir das mal weg und überlegen uns mal, wie wäre der naive Ansatz, Daten zu speichern? Also wenn ihr zu mir kommt und sagt, Markus, gib mir bitte eine Liste mit Produkten und deren Subkategorien und Kategorien und den Umsätzen von den Produkten, dann würde ich euch ein Excel-Spreadsheet wahrscheinlich geben, eine Tabelle mit genau diesen fünf Spalten, vier Spalten sind es. Also mit dem Produkt, Subkategorie, die Kategorie und dann noch den Umsatz. Das würde ich euch geben, weil das ist ganz einfach zu verstehen. Ich habe die Produkte, habe daneben immer die Subkategorie stehen, übersichtliche Liste. Das Problem, was wir da haben, ist Redundanz. Wenn es eine Produktkategorie gibt, die mehr als ein Produkt hat, dann kommt diese Produktkategorie mehr als einmal vor, zweimal, dreimal, viermal. Das hat Nachteile. So offensichtlich ist das mal, es braucht Speicherplatz. Das war vor 20 Jahren ein Problem, Speicherplatz ist jetzt weniger ein Problem, aber wir haben immer noch das Problem, dass es zu Anormalitäten, zu, wie heißt das denn, ich habe den Begriff vergessen, zu Anormalitäten, genau, kommen kann. Nämlich, wenn ich jetzt diese Produktkategorie umbenennen möchte und ich bin unvorsichtig in dieser Liste, kann es sein, dass ich einmal Bike und einmal Bikes geschrieben habe. Ich meine dieselbe Kategorie, in der realen Welt gibt es nur eine Kategorie, die mit Fahrrädern zu tun hat, aber aufgrund des Tippfeldern gibt es Bike und Bikes. Dann hätte man technisch gesehen zwei Kategorien, das ist schon mal schlecht. Das zweite ist das, was ist, wenn ich eine neue Kategorie einfügen möchte in diese Liste, aber ich habe noch keine Subkategorie und noch kein Produkt, schreibe ich dann nichts hin, schreibe ich da Layer hin, was mache ich da? Muss man nachdenken, was man da genau macht. Aber auch beim Löschen haben wir das Problem, wenn ich jetzt eine Produktkategorie oder Produkte lösche und ich bin jetzt, es gibt noch mal ein Produkt in dieser Kategorie drinnen und ich möchte dieses Produkt löschen, muss ich aufpassen, ich darf den Satz nicht rauslöschen. Wenn ich den Satz rauslöschen würde, würde auch die Produktkategorie weg sein, die ich ja gar nicht löschen möchte. Ich möchte nur das Produkt löschen. Ich habe das umgekehrte Problem wie beim Einfügen der Produktkategorie, dass ich mir überlegen muss, was mache ich denn da? Also bevor ich lösche, muss ich wieder diese Produktnamen einfach leer setzen. Das sind lauter Probleme, die sich Applikationen normalerweise nicht antun wollen. Also Redundanzen führt zu potenziellen Problemen und da ist die Idee und die Idee ist so alt wie relationale Datenbanken. Also der Kot hat sich das schon seit 1970 überlegt, wie er die Idee der redundationalen Datenbanken entwickelt hat, dass es auch Normalisierung geben muss. Damit das funktioniert. Und das gibt es in mehreren Schritten. Und 3NF, was da steht, ist eben dieses Third Normalform, die dritte Normalform. Da gibt es noch vierte, fünfte, ich glaube sechste, siebte auch noch auf Universitäten. Aber normalerweise, wenn man es bis zur dritten Normalform betreibt, ist man schon gut unterwegs. Ebenso noch die Beuys-Kot-Normalform. Also da steht wieder, der Kot drinnen hat sich da verewigt. Unsere Kollegen der Beuys, der dann auch einen speziellen Fall auch noch bedacht hat, der in der dritten Normalform noch nicht abgedeckt ist. Ohne, dass ich mit dem auseinandersetzen wollte oder müsste, ist die Idee von diesen Normalformen, Normalisier-Retundanzen zu vermeiden. Das hat nichts mit dem Versuch, dass jemand ein normales oder kein normales Leben führt, sondern der Begriff heißt ja Normalized und die Idee dahinter, Redundanzen vermeiden. Was macht man, wenn man diese eine Tabelle, die ich gerade erwähnt habe, normalisiert? Dann wird man in mehreren Schritten drauf kommen, dass ich in Wirklichkeit vier Tabellen brauche. Ich brauche eine Umsatztabelle, wo der Umsatz drinnen steht und ein Schlüssel auf die Produkttabelle. In der Produkttabelle brauche ich jetzt einen Hauptschlüssel, damit ich das Produkt eindeutig identifiziere, den Namen von dem Produkt und wieder einen Schlüssel auf die Subkategorie. Subkategorie ist genau das Gleiche. Hauptschlüssel, Primary Key, Primärschlüssel, plus der Name, plus wieder ein Fremdschlüssel, der verweist auf die Produktkategorie, die dann auch wieder einen Primärschlüssel hat und nur den Namen und keine weiteren Fremdschlüssel mehr hat. Das heißt, ich habe auf einmal statt einer Tabelle habe ich vier Tabellen, die mit Beziehungen, mit so Fremdschlüsselbeziehungen, mit Foreign Key Constraints miteinander verbunden sind. Wenn ich das aufmale, ist es viel komplexer, obwohl es ein ganz einfaches Beispiel ist und es ist schwieriger für uns zu verstehen, wenn wir das abfragen in der relationalen Datenbank. Wer schreibt denn SQL von euch? Hat irgendwer SQL-Kenntnisse? Schon mal zumindest ein Select geschrieben mit Joins. Da sieht mich wieder. Markus schreibt wieder. Okay, da haben wir wen. Da haben wir doch wen mit Datenbanken. Okay, Carsten hat auch schon mal geschrieben. Und die Katrin auch. Dann muss ich da praktisch schreiben, ich muss erst auf die Umsatztabelle zugreifen. Dann möchte ich das Joinen mit der Produkttabelle über diesen Produkt Key. Das Joine ich dann wiederum mit der Produkt-Subkategorie-Tabelle, mit der Subkategorie Key. Das nächste ist aber viel länger. Der Code, den ich für die Abfrage schreiben muss, ist viel länger. Und auch die Datenbank hat mehr zu tun. Wenn die Datenbank nicht auf einem Platz alles findet, sondern er muss jetzt mal von einer Tabelle zur nächsten, muss den Satz finden, dann wieder zur nächsten Tabelle, wieder Satz finden. Das ist nicht performant. Also das ist schwierig zum Schreiben und es ist auch nicht performant. Weil das nicht auf Performance für Abfragen optimiert ist, sondern auf Schreiben optimiert ist, damit ich eben, wenn sich die Produktkategorie ändert, nur an einer Stelle ändern muss und nicht an fünf Stellen oder 20 Stellen. Also für Digital Warehouses oder Business Intelligence oder das, was wir eben in Power BI betreiben, ist ein normalisiertes Schema keine gute Idee. Ich sehe das leider immer wieder, dass Leute sagen, ich kann mich ja mit der Applikationsdatenbank verbinden. Das erlaubt mir das Tool ja und die verbinden sich dann mit der Applikationsdatenbank und dann haben sie so ein komplexes Schema und laden das in Power BI. Technisch funktioniert das. Praktisch wird das zu einem sehr komplizierten Schema in Power BI und meistens ist das nicht sehr performant. Und wenn man dann versucht, mit DAX etwas zu schreiben, dann flucht man da relativ schnell, weil das sehr kompliziert ist, die Sachen zu erreichen mit DAX, die man erreichen möchte, weil das Schema und das Schema passen nicht zusammen. DAX ist optimiert, wie wir gleich sehen werden, auf denormalisiertes Schema. Auch Power BI ist optimiert auf ein denormalisiertes Schema. Ich meine, wenn es jetzt eine Geburtstagsliste oder eine Kegelrundenliste mit ein paar tausend Sätzen, alles bis zu 100.000 Sätzen, ist in Power BI kein Problem, irgendwo zwischen 100.000 und einer Million Datensätze fangen die Performance-Probleme an. Und dann kommt es darauf an, wie ist dieses Modell gebaut und dann ist es oft zu spät, wenn ich da draufkomme. Ich habe das schon weitergegeben, da arbeiten die Leute, die einen Bericht erstellen. Wenn ich da das Modell umbaue, heißt das, dass ich in den meisten Fällen auch den Bericht anbreche. Das heißt, da sollte man gleich von Anfang an mitdenken. Denormalisiertes Schema, da fühlen wir einen Teil der Redundanz wieder ein. Was heißt ein Teil? Also Single Table ist völlig Redundanz, normalisiertes Schema ist gar nicht, hat gar keine Redundanz und wir führen einen Teil wieder ein. Im Endeffekt, wir bekommen auf eine Umsatztabelle, die auf eine Produkttabelle verweist und in der Produkttabelle ist dann alles drinnen. Also kein weiterer Verweis mehr zur Subkategorie oder Hauptkategorie. Das wäre das. Und wenn wir gleich diese Begriffe auch noch sehen, Fakten und Dimensionen unterscheiden wir da und da gibt es noch dieses Star Schema und Snowflake Schema und ich habe es schon angedeutet, das Star Schema wäre unser Freund, wenn wir jetzt gleich bei den nächsten Slides sind. Also Single Table, wie du so ausschauen, ich habe das in Power BI dargestellt, man sieht, das ist kein Rahmen um das Bild, das ist der Hintergrund von Power BI. Da gibt es nur eine Tabelle drinnen. Ganz einfache Schema, einfacher geht es nicht. Ich habe keine Filterbeziehungen, nur eine große Tabelle, die sehr breit ist, also sehr viele Spalten hat. Da sind Spalten jetzt untereinander, aber üblicherweise würde man die Spalten nebeneinander dastehen. In einem Star oder Snowflake Schema würde das folgendermaßen ausschauen. Ich würde unterscheiden zwischen Dimensionen. Dimensionen ist immer das, wie ist was passiert, was ist passiert, wann ist es passiert, wo ist es passiert, wer hat was gemacht und warum ist das passiert. Typische Dinge, nachdem wir filtern und kopieren. Ich möchte auch einen Zeitraum filtern und möchte auch meine Produktkategorie zum Beispiel kopieren, dass ich einen Satz pro Gruppe habe oder einen Balken oder Säule habe pro Gruppe. Die sind vergleichsweise klein. Das kommt immer darauf an, wie die Daten in Summe ausschauen, aber im Vergleich zu den Fakten-Tabellen, die wir gleich sehen werden, sind die meistens viel kleiner, auch wenn es große Dimensionen-Tabellen sind. Klassischerweise sind die auf der 1er-Seite. Wie wir schon gesehen haben oder gesprochen haben mit dem Umsetzen und den Kunden. Der Kunde ist auf der 1er-Seite oder das Account, unser Bankkonto, Transaktionen, Account, das Konto ist auf der 1er-Seite, die Transaktionen, die Bewegungen sind auf der 1er-Seite. Und diese Tabellen erhalten immer einen Primary Key, einen Primärschlüssel, mit dem ich jeden Satz eindeutig identifizieren kann, weil er eben von den Fakten referenziert wird. Und ansonsten sind da alle möglichen Datentypen vertreten. Meistens sind es natürlich Textsachen, weil es leichter zum Darstellen ist. Man sollte so spalten wie Is New Customer? Yes and No? Oder True or False? Das sollte man ja vermeiden, sondern man sollte einfach eine Spalte sehen, wo steht Neuer Kunde, Alter Kunde. Also wirklich Texte da reinschreiben. Fakten, das sind die Sachen, die wir bei Bewegungen stattfinden, also Transaktionen und wo wir Sachen messen. Das könnte jetzt ein Umsatz sein oder Kosten, die ich aufaggregieren möchte. Es kann aber auch zählen sein, wie viele Transaktionen waren da da drinnen. Auch das sind Fakten. Möglicherweise, genau, sind das zum Aggregieren und die sind vergleichsweise groß, weil ich vielleicht, keine Ahnung, ein paar tausend Kunden habe, aber mit den tausend Kunden mache ich jeden Tag hunderte, tausende Umsätze. Und über die Zeit summiert sich das auf. Das heißt, die Fakten, die Tabellen sind im Vergleich zum Dimensionstabellen meistens viel größer. Die sind immer auf der Sternseite, also auf der Many-Seite, auf der Vielen-Seite, weil es viele Transaktionen pro Bankkonto gibt oder pro Kunde gibt. Und wenn man es richtig macht, sind da wahrscheinlich nur numerische Spalten drinnen. Nämlich die Foreign Keys, die Keys, um jetzt den Kunden zu finden, um das Bankkonto zu finden, um den Zeitpunkt zu finden, wann das passiert ist oder eben how, what, when, where, who, why, dass wir die finden und eigentlich nur numerische Spalten. Alles, was ich aufaggregieren, zählen und messen kann. Das heißt, da werden eigentlich keine Textspalten drinnen sein. Textspalten gehören normalerweise in die Dimension, also als Dimension dargestellt. Wie schaut das jetzt aus mit unserem Beispiel? Die Reseller Salesware, also die Umsätze, die wir da in der Mitte und auch da wieder ganz schlechtes Naming. Da habe ich ein kein gutes Beispiel euch dargestellt. Das heißt eben da schon Fact und Dim Sales Territory und Dim Date und Dim Product. Das ist jetzt, um es leichter zu verstehen, dass das jetzt Dimensionen sind und die Tabelle ist die Fakten-Tabelle, Fact. Aber für einen Power BI-Bericht oder tabulares Modell, das ich weitergebe, das in Protaktions läuft, sollte man benutzerfreundliche Namen nehmen. Das heißt, das Fact und Dim gehört natürlich überall weg. Aus dem Dim Sales Territory müsste ein Sales Leerzeichen Territory werden. Das ganze Large und Fact gehört auch weg, da gehört auch ein Leerzeichen rein und auch Produkt und Date dürfte das nur heißen. Also Naming ist auch ganz wichtig, das wollen wir ja so bauen, dass die Enduser, die Leute, die mit den Berichten arbeiten, das leicht haben. Das heißt, deswegen Starskimmer, weil ich sozusagen in der Mitte habe, weil ich das Fakt haben und dann so wie Spitzen eines Sternes, braucht man ein bisschen Fantasie dazu, haben wir die Spitzen eines Sternes weg, das war also ein dreizeckiger Stern. Ich weiß, das ist etwas weit hergeholt, aber das hat sich so eingebürgert, das Starskimmer zu nehmen. Was es als Alternative gibt, ist das Snowflake-Skimmer, wo ich also die Dimensionen, wo diese Dimension dann noch weitere Foreign Key-Constraints hat, also wo nicht alles in der Produktdimension drinnen ist, sondern auch noch Subkategorien, Kategorien, eigenen Tabellen dargestellt ist. Das sollte man eher vermeiden. Also man würde das jetzt, in einem Starskimmer würde man das eben auflösen und alles, was ich brauche von der Subkategorie und Kategorie würde ich in die Produkttabelle reingeben. Das heißt, die Subkategoriename und Produktkategoriename würde ich da wiederholen. Wir hätten da Redundanzen drinnen, aber das ist okay für ein Dimensionales Schema, weil das besser performt. Als Snowflake-Skimmer auch da wieder etwas Fantasie, man stellt sich jetzt vor, all diese Spitzen zergliedern sich dann nochmal weiter und dann hat man so ein bisschen so eine Schneeflocke. Auch da, man braucht ein bisschen Fantasie dazu, dass man das als Snowflake erkennt. Jetzt habe ich die beiden verglichen. Ich habe also ein Starskimmer und ein Starskimmer verglichen. Was ist der Unterschied? Beim Snowflake-Skimmer haben wir mehr Tabellen. Wir haben die Subkategorie und die Kategorie noch als eigene Tabelle und weil wir mehr Tabellen haben, wird das länger zum Laden dauern, weil er eben mehr Tabellen reinladen muss. Es wird das Filtern langsamer sein, weil eben, wenn ich eine Kategorie auswähle, muss vorher die Kategorie, die Subkategorie filtern, dann erst die Produkt und dann kann erst der Umsatz gefiltert werden. Das wird schneller gehen, wenn es direkt vom Produkt gleich auf die Umsätze filtern könnte und die Feldliste im Power BI haben wir jetzt immer, da muss ich ja für euch deuten, das ist die rechte Seite, hat man immer die Tabellen drinnen und drunter dann die Spalten drinnen und wenn ich ein Snowflake-Skimmer habe, habe ich ja einmal Produkt, einmal Subkategorie und einmal Kategorie. Das heißt, Produktinformationen sind in drei Tabellen verteilt, anstatt in einer zusammen zu sein. Das mag für den Anwender dann etwas komplizierter sein, da muss ich überlegen, wo ist denn das jetzt drinnen, dieses Attribut, das ist auf Kategorie Ebene, auf Subkategorie und eigentlich wäre das nicht wichtig, dass man das überlegt, also das braucht man eigentlich nicht und wenn man mit Hierarchien arbeitet in dem Power BI oder Tabular Model, die gehen nicht über verschiedene Tabellen, dann muss ich das in einer Tabelle zusammengezogen haben. Das heißt, wenn ich eine Hierarchie machen will, über die Produkte mit Kategorie, Subkategorie und Produktnamen und das möchte ich als ein Element den Anwendern zur Verfügung stellen, damit er es auf einmal reinzieht in das Visual, muss ich eine Hierarchie bauen, und das geht nur, wenn die Elemente in einer Tabelle drin sind. Das heißt, spätestens dann braucht man sowieso einen Starschema anstatt einem Softlexchema. So, da habe ich es verglichen, ich meine, das war trotzdem immer noch ein kleines Modell, ich habe die Adventure Work hergenommen und da gibt es diese Reseller Sales Tabelle, die hat ungefähr 60.000 Sätze und die habe ich jetzt auf 300 Mal geladen, auf 18 Millionen Effects aufgeladen, also auf 18 Millionen Sätze aufgeblasen und dann schaut es so aus, dass in dem Single Table Ansatz haben wir hier eine Tabelle, klar, Starschema haben wir vier Tabellen, das war das Faktum in der Mitte und dann haben wir die Sales Territory, die dem Date und das Produkt und bei Snowflake wird das Produkt noch in Subkategorien Kategorie zerteilt. Das habe ich überrascht. Diese einzelnen Tabellen, wo man sagt, das ist ja VertiPack, der komprimiert ja ohnehin, der hat Dictionaries, wer von euch schon mit dem beschäftigt hat, aber der Single Table ist fast dreimal so groß wie das Starschema, also deutlich größer als zweimal so groß. Und doppelt oder dreifach so groß heißt, das braucht auf der Disk dreimal so viel Platz, es braucht aber im Arbeitsspeicher auch dreimal so viel Platz und tendenziell werden auch Queries, wenn er was abfragen muss, auch wenn es komprimiert und im Speicher ist, aber wenn er dreimal so viele Daten untersuchen muss, dann dauert es dreimal so lang. Das ist einfach, das ist Physik, das hat jetzt nichts mit Komprimierung oder mit Memory oder Disk zu tun. Starschema, Snowflake Schema hat sich da jetzt nicht wirklich was geschenkt, in dem Fall jetzt, weil die Produkttabelle sind nur 600 Sätze und da gibt es ein paar Subkategorien und nur vier Kategorien, also da passiert nicht viel, ob das jetzt extra nochmal gespeichert ist oder nicht. Aber die ganzen Daten alle in der Single Table zu haben, das hat einen Unterschied gemacht. Ja, klar, wenn ich Beziehungen habe, dann diese Beziehungen werden persistiert in dem Modell, das heißt, wenn ich mir diese Beziehungen angelegt zwischen den Product Key von der Sales zur Product Table, dann speichert er sich da was. Das ist so ein Art wie ein Index, damit er die Abfragen dann schneller erfinden kann. Wir sehen schon, das sind 600K, 700K, also das ist nicht Gigabyte oder Megabyte, das ist unter einem Megabyte, ist nicht sehr groß, auch da Snowflake etwas mehr Platz, weil es ja mehr Tabellen sind, damit auch mehr Beziehungen sind, aber das fällt nicht wirklich ins Gewicht und das ist in den 184 Megabyte schon enthalten. Wie können wir denn jetzt denormalisieren? Wie können wir denn aus einem Single Table ein Star-Schemmer machen oder wie können wir denn aus einem normalisierten Schema ein Star-Schemmer machen? Am besten ist natürlich, wenn man ein Data Warehouse hat, wo das schon aufbereitet ist und dann lese ich nochmal die Views rein, aber Power Query ist da auch unser Freund, das heißt, auch wenn Sie jetzt kein Data Warehouse zur Verfügung haben, Sie müssen CSV-Dateien einlesen, Sie müssen so ein Applikations-Datenpack was einlesen, dann verwenden wir eine Power Query zum Filtern, um die Namen zu wählen, um die Datentypen festzulegen, diese Sachen machen wir da alles und wir können in Power Query auch diese Dimensionen ausfletten, das heißt, wenn Sie ja von einer Datenbank was lest, zumindest in den Foreign Key Constraints drin, dann habt Sie immer hinten diese Spalten, wo dann ein Tabellenname drin steht und das kann ich aufmachen, kann sagen, nimm diese Werte von dieser anderen Tabelle und füge sie als Spalten bei der aktuellen Tabelle dazu, das geht relativ einfach und die Fakten bitte nicht flatten, dann wären wir in der Single Table dann, sondern bei der Fakten, da lassen wir die Keys drinnen und die Keys verweisen dann auf die Dimensionen und das bauen wir dann im Modell zusammen. Da haben wir noch die Datumsdimension, Halbzeit haben wir ungefähr, sehr gut, Datumsdimension, ganz eine wichtige Dimension, eine Dimension ist kein Faktum, sondern eine Dimension und die ist deswegen so wichtig, weil es halt ganz wenige Anwendungen gibt, finde ich, wo man keinen Z-Bezug hat, in der Regel ist immer irgendwas mit einem Zeitbezug und ich möchte immer wissen, wie war das im Vorjahr, wie war das im Vergleich zum Vormonat, vielleicht brauche ich irgendwie kumulierte Werte, das heißt von Januar bis zum aktuellen Monat, vielleicht muss ich zwischen Wochen- und Monatsberichten irgendwie unterscheiden, also das kommt relativ häufig vor und darum braucht man die, um zum Beispiel das Jahr und das Monat und den Tag und die Woche und ob das jetzt ein Werktag ist und solche Sachen, da gibt es ja ganz unterschiedliche Dinge, damit ich die einfach zur Verfügung habe als Filter. Wenn ich keine Datumstabelle hätte, dann hätte ich ja nur den Datumswert, also die Datumspalte und dann müsste ich da immer irgendetwas anwenden, um jetzt das Jahr oder das Monat oder den Tag rauszufinden oder die Woche. Das müsste ich jedes Mal wieder machen irgendwie und das ist besser, ich habe das einmal in einer Tabelle dargestellt und da gibt es, da wäre es im Internet auch fündig, da gibt es Leute, die das mit DAX angelegt haben, da gibt es Leute, die das mit Power Query angelegt haben, da gibt es Leute, die das für eine, als View oder als Procedures zum Befüllen, als Data Ware aus zur Verfügung stellen, also ihr werdet jetzt fündig werden und sonst merkt es vielleicht bei mir, da gibt es genug Dinge, wie einfach, dass man eine Datumstabelle anlegen kann und die sollte man auch anlegen, auch dann wegen Time Intelligence. Time Intelligence sind diese Sachen mit Vorjahresvergleich, kumulierte Werte, da ist nämlich Power BI etwas tickig, würde ich sagen, damit das funktioniert und richtig gerechnet wird, brauche ich tatsächlich eine Datumstabelle, die für jeden Tag eines Kalenderjahres einen Eintrag hat. Das heißt, ich kann diese Datumstabelle üblicherweise nicht aus meinen Fakten, aus meinen Transaktionen oder Umsätzen erstellen, weil möglicherweise habe ich am Wochenende oder an einem Feiertag oder in einer Urlaubssaison keine Umsätze, da fehlen die Tage da drinnen, das heißt, ich kann das aus dem Nicht-Erstellen, wenn nämlich Tage fehlen, stimmen die Berechnungen mit Time Intelligence nicht, also die ganzen Funktionen, die es da gibt. Und diese Datumstabelle sollte man auch unbedingt als Datumstabelle markieren, das ist ja ganz einfach, zwei Klicks hat man das markiert. Es ist nicht immer notwendig, aber bevor man sich diese Regel merkt, wann muss ich es machen, wann nicht, das ist meine Empfehlung, markiert es immer und ich zeige euch gleich in der Demo, welchen Effekt das hat, wenn es notwendig gewesen wäre und ich habe es nicht gemacht. Da gibt es so etwas wie Autodate Time, auch wieder gut gemeint, wenn ich nichts mache, dann ist das Standard-Einstellung bei Power BI, dass mir so eine Datumstabelle automatisch angelegt wird. Das heißt, immer wo ich eine Datumsspalte habe, kann ich dann immer aufklappen und dann habe ich als Jahr das Quartal, das Monat und den Tag zur Verfügung. Automatisch. Wird automatisch angelegt. Auch das kann relativ teuer werden, wenn ich viele Datumsspalten habe, werden es viele solche Hierarchien, oder nicht Hierarchien, aber solche versteckten Tabellen für mich angelegt, das ist mal das eine. Und das Zweite ist, es ist immer ein Jahr, ein Quartal, ein Monat und ein Tag. Wenn ich sage, ich habe Wochen, kann ich nicht abändern. Ich kann diese Standard-Funktion oder diese Standard-Tabelle nicht abändern. Wenn ich sage, ich habe keine Quartale, wir machen immer nur Jahr und Monat, kann ich nicht abändern, ist immer da. Die Leute müssen das immer praktisch dazufügen und dann wieder im Visual wegklicken. Sollte man aus meiner Sicht, da bin ich nicht alleine, glaube ich, immer ausschalten und eine eigene Kalender-Datumsfunktion machen. Dann haben wir Kalender Auto, mit dem kann ich auch seine Datumstabelle kreieren. Das geht ganz einfach, ich brauche nur sagen, ich erstelle eine neue Tabelle und dann sage ich Kalender Auto und dann ist die erstellt. Da sucht sich dann die ganzen Datumspalten. Allerdings ist das jetzt nur eine Tabelle mit einer Spalte, mit jedem Datumseintrag. Das Jahr, das Monat und so weiter, das muss ich dann extra nochmal dazufügen. Und dann haben wir so etwas verspielte Sachen, Rollenspiele kann man machen mit Datumsdimension oder wir können mehrfach eine Datumstabelle dazufügen. Das werden wir dann gleich in der Demo sehen, was es da geht. So, Mark Estate Table. Das machen wir also da, dass ich in das Modell draufgehe, sage Mark Estate Table, aktiviere ich da und da muss ich auswählen, was denn die eigentliche Datumspalte in dieser Tabelle ist. Also welche Spalte hat denn den Datentyp Datum und die muss ich dann markieren. So einfach ist das. Wenn man das nicht macht, kann das eben doofe Konsequenzen haben und das sehen wir da. Was habe ich da? Ich habe da, wir gehen wieder vorhin das Modell rein, ich habe da zwei Varianten praktisch gemacht, das ist eben Daten und einmal habe ich das gemacht mit einer Datumstabelle, wo der Key für die Beziehung, für den Filter ist tatsächlich die Spalte Date und die Spalte Date ist vom Datentyp ja Date. Das ist also eine Datumsspalte und wenn ich das da verwende, dann sieht man da, ich kann da filtern auf das Ganze, das funktioniert da schön, also da meine Filter zurückziehen da und irgendwie dann auf den Oktober gehen oder so drei, vier, ja, also das lässt sich super filtern, wo das Problem auftauchen könnte, wäre bei diesen Time Intelligence Funktionen. Ich habe also da ein neues Mesher definiert, dieses Mesher heißt Sales Amount Year to Date Date und da haben wir jetzt den neuen, da kommt immer dieses, das ist ein Bug, das werden Sie hoffentlich in der nächsten Version wieder gerade biegen, kommt immer dieses hübsche Eingabe Ding und da habe ich ein Calculate gemacht und habe da mitgegeben als ersten Parameter einen Ausdruck, der Ausdruck ist ein Mesher, das rechnet also den Sales Amount aus und dieses Calculate tut verschiedene Sachen, unter anderem kann ich damit den Filterkontext beeinflussen, ich kann da als zweiten Parameter mitgeben Date, Year to Date und gebe eine Spalte mit. Dann macht er folgendes, wir sehen es eh da schon, der macht eben ein Year to Date, das ist der englische Ausdruck für kumulieren. Kumulieren heißt also, der kumulierte Wert ist immer der Wert aus dem Vormonat, der kumulierte Wert aus dem Vormonat plus der Wert vom aktuellen Monat, also 48.000 da. Im November ist es also der Vormonatswert, der vormonanskumulierte Wert plus der aktuelle Wert, der ist ein Lehr, darum ist 48.000 auch da und wir sehen auch, dass es wirklich so berechnet, weil da unten haben wir jetzt nicht dreimal 48.000 stehen, sondern als Summe nur 48.000 stehen. Also so berechnet man kumulierte Werte mit Calculate. Calculate ist da unser Freund. Jetzt habe ich da eine zweite Variante aus dem Ganzen gemacht und habe gesagt, ich mache das gleiche nochmal, aber in dem Fall habe ich einen Date Key. Das ist eigentlich in einem Data Warehouse die Empfehlung, dass ich ja immer als Schlüssel eine Ganzzahl habe, einen Integer habe und nie eine Datensspalte oder eine Stringsspalte, Charaktersspalte, sowas in der Richtung habe. Das gibt es, dass Leute das über den Date Key machen. Kein Problem. Auch da eine One-to-Many-Beziehung und funktioniert herrlich. Also überhaupt kein Problem. Ich kann da wieder so meine Date Key Variante gehen. Vielleicht schaffe ich es da jetzt auf einmal diesen Filter zu setzen. Wenn ich da also einen Filter setze und sage da 10-2, dann müsste was wegfallen und dann kommen da weniger Werte raus. Also dieser Filter funktioniert. Der geht eben da, wie wir da sehen, auf die Datensspalte aus meiner Date Key Spalte. Das heißt, die Datensspalte nehme ich zum Anzeigen und zum Filterbezug ist aber dann diese Date Key Spalte drinnen. Alles kein Problem. Aber was passiert da mit diesem Year-to-Date? Ich habe genau die gleiche Formel genommen. Der einzige Unterschied ist, dass da ein Klammer steht Date Key, weil das Mesh-Ein-Andre ist. Und beim Year-to-Date habe ich auch diesen Date Key verwendet. Also einfach die zweite Variante von dem Modell verwendet. Und wir sind da herunten, da haben wir nur einen Eintag für Oktober. November, Dezember ist leer. Das kann ja nicht sein, weil der kumulierte Wert, wenn ich Oktober-Wert habe, dann muss ich auch für November und Dezember einen Wert haben, weil er der kumulierte Wert ist, sprich die Vormonate plus das aktuelle Monat. Was ist da der Grund? Genau das ist der Grund, wenn wir einen Date Key verwendet haben zum Joinen. Und dann, wie wir das gerade bügen, müssen wir nur hergehen unter Modelling. Nein, ich muss da reingehen. Ich muss zu meiner Tabelle reingehen, das kann man, glaube ich, da oder da machen. Ein paar Sachen haben sich ein bisschen versteckt. Da bei diesem, wie heißt diese View? Data View. Und da kann ich sagen, Mark a State Table. Mark a State Table und sagen, diese Datumstabelle ist eine Datumstabelle. Ich sage es ganz explizit, ganz ausdrücklich. Und die einzige Spalte, die ich da auswählen kann, ist die Datumsspalte, weil das ist die einzige Spalte da drinnen, die ein Date-Datentyp hat. Und wenn ich jetzt Ok sage, geht das blitzschnell und ich gehe zurück zu meinem Bericht und auf einmal zeigt er da jetzt auch, was ist jetzt los? Cool. Du hast die falsche Tabelle genommen. Ah, danke sehr. Wer war das? Markus, das war es gut bei mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also falsche Tabelle. Da ändert sich natürlich nichts. Die Date-Key muss ich nehmen. Danke sehr. So, und jetzt ein paar Sekunden dauert das. Das Modell aktualisieren. Jetzt gehe ich zurück zu meinen Berichten und auf einmal haben wir da jetzt November-Moddezimmerwerte. Also das ist der einzige Trick und das kann man sich merken, wenn ich als Key, also wenn ich zum Filtern nicht eine Datumsspalte habe, sondern eine Spalte eines anderen Datentyps, dann muss ich in der Datumstabelle die Datumsspalte markieren oder man merkt sich immer die Datumstabelle markieren. Dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Wie gesagt, das sind ja zwei Klicks. Tut nicht weh, kostet keine Zeit und ihr wundert euch nicht später dann bei den Time Intelligence Funktionen. So, Out-of-Date-Time. Das ist folgendes. Das ist standardmäßig eingeschaltet. Ich habe also da schon einen Screenshot gemacht, wie man das ausschaltet, weil das meine Empfehlung wäre. Dann schreibt ihr, dass er automatisch so eine Hidden Table, eine versteckte Tabelle legt er für uns an und da steht Table, Singular, aber eben da steht For Each Field of Model. Das heißt, für jede Datumsspalte, die ich in meinem Modell drinnen habe, legt er so eine Tabelle an. Ich habe das da mit dem Vertipack Analyzer, inzwischen geht das auch mit dem DAX Editor von Marco Russo und Alberto Ferrari. Wenn ihr die nicht kennt, wärmstens empfehlen, alles was die produzieren an Videos, an Blogposts, an Büchern, schlagt zu. Wenn ihr an DAX interessiert seid und mit dem Tool habe ich das jetzt dokumentiert. In meinem simple Modell, das ist jetzt aus dem selben Modell, was wir vorher gesprochen haben, haben wir jetzt auf einem 1, 2, 3, 4, 5, 6 versteckte Tabellen sind da angelegt worden, um dieses Feature zu implementieren und die Kartonialität sind wir da auch ganz unterschiedlich. Das heißt, offenbar habe ich unterschiedliche Datumsbereiche. Das heißt, da gibt es eine, 4.000 Sätze, das sind ungefähr 10 Jahre. 365 Sätze haben wir, da sind es 10 Jahre, dann müssen es 11 Jahre sein. 365 Tage im Schnitt haben wir, gibt es noch die Schaltjahre, mal 10 sind wir bei 3.654 in dem Fall. Und das sind 326 Bats. Das tut jetzt nicht so wahnsinnig weh, aber wenn ihr jetzt ein Modell hättet, wo ihr noch mehr Datumspalten drinnen habt und der Bereich von den Datums so groß ist, weil vielleicht als Standardwert immer der 1.1.1900 angegeben wird, oder noch schlimmer, 1.1. Jahr 0. und wenn es dann irgendwelche Bereiche gibt, da wissen wir nicht, wie lange das dauert, dann wird dann eingetragen, 31.12.1999. Wenn ihr das reinlädt und dieses Autodeterm ist angelegt, dann legt ihr für 1.1. vom Jahr 0 bis 31.12.1999, also 10.000 Jahre, legt ihr dann eine Date-Table an. Und nicht nur einmal, sondern für jede einzelne Datumspalte in eurem Modell. Und glaubt ihr, das wollt ihr nicht. Abgesehen von diesem Effekt, dass wir das gar nicht beeinflussen können mit Year, Quarter, Month und Date. Das kann man abschalten in den Optionen, also Datei, Optionen und Einstellungen, Optionen, da kommt man da rein für die aktuelle Datei. Und wenn ihr überhaupt das loswerden wollt, könnt ihr es auch für Global, also da oben einstellen, bei Global kann man auch beim Data Load dieses Autodeterm ausschalten und das wäre das, was ich euch empfehlen hätte. Da kommen wir jetzt ein bisschen noch zu, Rollenspielen. Da ist das Datum speziell, aber das ist nicht auf das Datum eingeschränkt. Das gibt es auch bei anderen Dimensionen, dass ich, habe ich da meine Datei wieder geschlossen? Ja, ist ja schon da. Dass ich nämlich das Datum mehrfach drinnen habe. Ich habe da eine einfache Umsatztabelle und diese Umsatztabelle hat ein Order Date und hat aber auch ein Ship Date. Und beide möchte ich nach Jahr, Monat und so weiter filtern. Ich möchte also meine Datumsdimension ausnutzen. und eine Möglichkeit ist, dass ich nur einmal diese Tabelle habe und die spielt unterschiedliche Rollen. Einmal spielt diese Datumstabelle die Rolle vom Order Date und in anderen Fällen spielt diese Datumstabelle die Rolle vom Ship Date. Und das schauen wir uns jetzt kurz mal an. Das habe ich da also implementiert. Wir haben also da wieder unser Datum und unser Sales und dann sieht man da haben wir einmal das Datum auf Order Date und ein anderes Mal warum ist das jetzt so ganz groß ein zweites Mal habe ich da Date auf Ship Date zugeordnet. Das ist mit der Bildschirmauflösung heute anders. Ship Date. Genau. Man sieht aber da die Verbindung das ist ein durchgehender Strich während das ein Strichlierter Strich ist. Das ist jetzt kein Grafikfehler sondern das ist absichtlich so wenn ich da drauf klicke auf diesen durchgezogenen Strich sehen wir dass da herunten Make This Relationship Active nicht aktiviert ist. Also diese Beziehung ist nicht aktiviert. Warum soll ich in Gottes Namen eine Beziehung anlegen die inaktiv ist? Was nützt mir denn das? Also die wollen wir aktiv setzen. Ich kann da aktiv setzen. Da kommt aber da eine Fehlermeldung. Wir sehen das okay kann man nicht klicken. Also keine Warnung. Wir müssen das jetzt durchlesen und verstehen und dann handeln. You can't create a direct active relationship between Sales and Tate because an active set of indirect relationship already exists between these tables. Stimmt nicht ganz. Wir haben bereits eine aktive Beziehung. To make this relationship active set a cross-filt direction to single delete or deactivate any of the indirect relationships first. Also er lässt uns da gar nicht drüber. Er sagt wir müssen die older date müssen wir löschen oder die auf inaktiv setzen damit ich dann die aktiv setzen kann. Da habe ich ja wieder nur eine aktive und die andere ist inaktiv. Also wozu können wir dann das brauchen? Die Sache ist dann immer wenn wir mit dem Model nicht weiterkommen mit dem Modell dann müssen wir auf DAX ausweichen und genau das machen wir da. Also ich habe da die Datumstabelle wir haben da wieder vier schmucke Einträge und wenn ich das jetzt zum Beispiel da filtere und sage da das möchte ich jetzt auf den zehnten Monat und den zweiten Tag filtern dann zeigt er immer noch Sätze an und zwar da 1. Oktober 2. Oktober das Shipdate wird offenbar nicht gefiltert nach dem weil sonst werden alle Sätze weg und das ist auch der Grund warum eine 1. aktiv sein kann weil sonst wäre das Modell nicht eindeutig wenn ich da jetzt etwas auswähle da oben soll er die untere Tabelle nach dem Order Date oder nach dem Shipdate oder gar beiden filtern also da gibt es drei Möglichkeiten und Power BI sagt na na da mischen wir uns nicht ein du musst uns ein Modell bauen das eindeutig ist wir wollen da jetzt nicht unendetige Sachen machen und da können wir jetzt nach DAX ausgreifen wir haben heute schon mal gesehen mit Calculate kann man so wunderbare Sachen machen bei Time Intelligence haben wir das schon gesehen und das mache ich da jetzt auch ich habe da wieder eine Summe auf Sales Amount auf Sales Quantity in dem Fall und das zweite Parameter haben wir vorgehabt das ist mit dem Year to Date Date Year to Date haben wir jetzt Use Relationship also ich sage jetzt bitte liebes Calculate rechne mir diese Summe aus aber benutze die Beziehung zwischen Date und Ship Date jetzt kann man sagen Moment mal die können wir nicht aktiv setzen weil sie dem anderen widersprechen würde aber wenn ich es da verwende funktioniert das ja weil DAX so schlau ist und sagt naja wenn der Wer herkommt und sagt er will unbedingt deaktivieren mit Ship Date und Date und es existiert bereits im Modell eine Beziehung zwischen Order Date und Date und das widerspricht sich dann deaktivieren jetzt für die Berechnung nur für diese Berechnung nicht im Modell nicht an anderer Stelle nur für das Berechnen von diesem Wert deaktivieren wir die Order Date Beziehung und aktivieren die Ship Date Beziehung und das sieht man auch dann da herunten wir haben jetzt eine Spalte Ship Date und da sehen wir dann dass die Umsätze auf 1. 2. 3. November drauf sind wenn das Order Quantity das könnte ich mir sparen ich könnte auch nur das Quantity nehmen also dieses Sales Quantity wenn ich das nehme das wäre eh nach dem Order Date aber meistens füge ich dann eine eigene Spalte der Mescher noch dazu dass einfach klar ist ich nehme jetzt einmal das Ship Quantity ich nehme einmal das Order Quantity und einmal ist es nach Ship Date und einmal ist es nach Order Quantity gefiltert dass das ganz explizit ist und ich überlegen muss hmm außerdem könnte auch diese Beziehung wir umdrehen aus Versehen im Modell und das wollen wir nicht die Variante ist cool wenn ich so versetzte Sachen machen möchte oder wenn ich ein Chart haben möchte wo beide vorkommen das heißt so komisch das V-Form weil diese Daten einfach 13, 15 sind einfach blöde Daten einfach keine durchgehenden Linien das kann ich mit dem machen die zweite Variante die wir da haben ist dass wir nicht Rollen spielen sondern dass wir mehrfach die Tabelle dazu fügen das heißt ich füge einmal die Datumstabelle dazu benenne sie um auf Order Date und die verbinde ich dann über das Order Date miteinander dann füge ich dieselbe Datumstabelle ein zweites Mal dazu ja wir brauchen dann doppelt so viel Speicherplatz aber es sind halt nur 365 Sätze pro Jahr das ist meistens verschwärzbar füge das nochmal dazu und verbinde dann diese Datumstabelle die ich auf Ship Date umbenannt habe mit mit dem Ship Date wichtig auch nicht nur die Tabellen umbenennen sondern auch die Spalten umbenennen weil sonst hat man zweimal eine Spalte Date im Modell und da weiß man wieder nicht mehr muss man mal nachschauen war das jetzt aus dem Order Date oder war es aus dem Ship Date also immer eindeutig benennen und das sehen wir uns da jetzt dann der Vorteil ist wir haben jetzt nur aktive Beziehungen der Nachteil ist wir haben das jetzt zweimal herinnen so Date Multiple genau da haben wir unser Modell schaut so aus und das habe ich da habe ich verstoßen dagegen da gibt es zweimal das Date das sollte einmal einmal Order Date einmal Ship Date heißen einmal Order Month einmal Ship Month Order Year Ship Year das muss ich einmal machen praktisch und da ist einmal das Order Date verbunden und das zweite Mal ist über das mit der Bildschirmauflösung ist über das Ship Date verbunden miteinander das heißt ich habe nur aktive Beziehungen aber der Nachteil ist ich habe es jetzt zweimal reingeladen also doppelt der Speicherplatz auch wenn vernachtlich war und das Modell ist komplizierter wenn ich jetzt auf einmal zwei Tabellen habe und zwei Beziehungen statt nur einem das ist ein einfaches Modell aber man denkt wieder was ist denn ein komplizierter ein vorhause schon Modell das schon vorhause kompliziert ist ist das nochmal mehr Komplexität dazu wie fühlt sich das an ich habe dann jetzt zwei Filter ich kann einen Filter setzen wo ich sage ich filtre da jetzt auf den 2. Oktober und filtre da eben das Older Date nach dem 2. Oktober das sieht man es auch und den zweiten den zweiten Filter auf das Ship Date wo ich zum Beispiel sage ich starte erst am 2. November das mache dann sehen wir jetzt nur mehr das vom 2. Oktober und 2. November oder da diesen einen Satz also ich kann jetzt getrennt filtern ich kann auch so etwas bauen dass ich sage ich habe jetzt das Older Date und das Ship Date nebeneinander vielleicht setzt man diese Filter wieder zurück da kann ich praktisch schön nachvollziehen was ist wann bestellt worden und wann ist es dann geliefert worden sowas kann ich nur bauen erstens wollte ich dann nehmen sowas kann ich nur bauen wenn ich multiple Tabellen habe allerdings kann ich dann ein Chart nur bauen entweder nach Ship Date oder nach Older Date ich kann das nicht mischen in einem Chart also die eierlegende Wollmichsau gibt es leider nicht ich muss eine wie sagt man da ein Grot muss ich schlucken so mein Österreicher also einen Frosch muss ich schlucken einmal muss ich drüber hüpfen über das Problem wie schaust du denn aus damit wäre ich mit meinen theoretischen Einführungen so weit gibt es Fragen vier Minuten hätte man noch da schaffe ich den Use Case eigentlich nicht also machen wir mal vier Fragen auf gibt es Fragen wenn wir Leute anmieten können Carsten Möller schreibt gerade ja bin ich so zu hören ja ja gut prima was empfiehlst denn du um diese Date Tabellen zu erstellen du hast ja gesagt es gibt verschiedene Möglichkeiten genau also ich bin ich bin Berater also die Antwort es kommt drauf an die Frage ist was was ist welche Daten hast du schon mit welchen Dingen arbeitest du wenn du mit einem Data Warehouse arbeitest dann sollte du schon eine Datumstabelle mit allen Spalten die irgendwie verwendet werden bei euch im Unternehmen schon verfügbar sind dann nehme ich natürlich das also ich versuche möglichst früh etwas zuzugreifen wenn ich das nicht habe kann man sich überlegen ob du dir mit Excel eine baust wenn du also ein Excel-Guru bist und sagst die Tabelle baue ich mir zusammen kopiere das runter lad das rein ist eine Möglichkeit oder du kannst das natürlich auch automatisieren indem du mit Power Query und oder mit DAX so etwas baust also es gibt da keine richtige oder falsche Antwort und vor allem die Datumstabelle ist ja nicht groß es spielt keine Rolle wo man das genau baut das spielt jetzt von der Performance oder von der Dateigöße von Power BI keine große Rolle du wolltest was sagen also wir holen die Daten meistens aus Dynamics 365 also Engagement von daher und da gibt es halt diese Date-Tabellen so nicht deswegen ist halt die Frage wie machen wir den am geschicktesten genau also die einfachste Variante mal ich kenne dich jetzt nicht ich weiß jetzt nicht was du sonst immer machst und wie affin du mit mit solchen Sachen bist aber eine relativ einfache Sache ist zu sagen ich mache in meiner Power BI Datei dann werden wir vielleicht später nochmal hinkommen auf dieses Budget da gehe ich da zu meinen wo haben wir denn da so die Bildschirmaufsicherung ist ja eigenartig da heute wo haben wir denn da create a new table genau das wollte ich machen man kann ja über DAX auch eine Tabelle erstellen nein das wollte ich nicht machen ich wollte da eine was ist da herinnen da new table das wollte ich haben also in dieser Datensicht new table und dieses new table kann man mit einem DAX-Befehl dann erstellen und die einfachste Variante aus meiner Sicht ist zu sagen ich habe da eine Date-Tabelle die gibt es schon Date für Kasten und da sage ich einfach Kalender-Auto Klammer auf und da könnte ich nur sagen wenn du jetzt ein Finanzier hast also habt ihr ein Finanzier oder ganz normale Kalenderjahre ganz normale Kalenderjahre ja dann einfach die Klammer zu wenn wir machen ein optionaler Parameter was dieses Kalender-Auto macht ist folgendes der schaut jetzt alle Spalten und Tabellen durch was ist das kleinste Datum was ist das größte Datum und für diesen Bereich legt er vom 1. Januar des kleinsten Jahres das verwendet wird bis zum 31.12. vom größten Jahres das irgendwo vorkommt mal eine Tabelle an und dann kannst du hergehen und sagen naja da brauche ich jetzt noch warte mal ist das da herinnen das ist da jetzt nicht da müsstest du jetzt praktisch damit einfach Spalten dazu definieren mit Calculated Callum also dazu definieren da drinnen also rechts glaube ich da ich barmiere mich gerade ja New Callum genau und dann wird es halt sagen das ist das Year von dem also unser Year und das ist gleich das Year von diesem Date und so könnte sich und so dann auch für Kalenderwochen und genau der berechnet das dann immer neu wenn man sozusagen die Daten neu abruft und schaut welche welches das erste und was das letzte Datum dann sozusagen ist genau genau aber so eine statische Excel-Tabelle müsste man das irgendwann updaten weil man kommt ja vielleicht in zwei Jahren dass man die Daten in die Zukunft dann auch wieder braucht ja ich bin nicht was habe ich da achso die heißt die heißt ja nicht Date die heißt ja Date Carsten so wenn ich vielleicht nicht zu Ende denke dann werde ich natürlich mit finanziert genau nach dem dem ist du musst also in jeder Power BI wieder bauen da wäre eine andere Möglichkeit das mit Power Query zu bauen auch da das brauchst du dann gar nicht selber bauen sondern da gibt es ja Skripte die du findest vom Reser weiß ich der hat was gemacht der Chris Webb hat auch was gemacht also da wirst du fündig da kann ich dir auch einen Link schicken und dann nimmst du einfach das Skript von der Webseite und kopierst es über diesen Advanced Editor zum Power Query rein ist das klar wie das funktioniert oder ich könnte dich alle nicht ja und dann hast du das auf einmal da und dann wenn du sagst das passt mir nicht die Spalten brauche ich nicht oder die muss ein bisschen anders sein dann baust du einmal das Skripte um und das kannst du wiederverwenden das ist leichter als jedes Mal das musst du praktisch immer wieder das Copy-Paste machen ein bisschen aufwendiger als im Power Query Markus mal eine Frage du hast eben erklärt oder relativ am Anfang war es auch noch mit den Foreign Keys und dass du Zero Guard Keys in den Fakten-Tabellen hast und so weiter wenn jetzt aber die Quelle jetzt gar kein Data Warehouse ist wo diese abgeleiteten Schlüssel drin sind würdest du dann beim Datenladen den Umweg machen und diese Schlüssel generieren oder würdest du dann wirklich mit den Business Keys arbeiten also mit textuellen Werten wo dann meinetwegen eine Kundennummer da ist und einfach nur darüber verknüpfen ja wenn ich nur Power BI zur Verfügung habe und ich kann im Vorsystem nichts anstoßen nichts machen dann würde ich dort keine Keys generieren weil das würde das Power Query viel komplizierter machen du kannst da eine Index-Spalte anlegen aber bei der Umsatz-Tabelle müsstest du dann immer also das habe ich noch nie probiert ob man das performanterweise überhaupt hinkriegt in Power Query weil du müsstest in Power Query wenn du die Umsatz-Tabelle reinlädst müsstest du dann den Produkt-Damen nehmen suchen in der Produkt-Tabelle und diesen Index rausfinden und den dann eintragen also da dauert der Refresh auch total lange das würde ich also dafür ist Power BI aus meiner Sicht nicht gebaut wenn wir keine Schlüssel oder wenn unser Schlüssel ein Text ist dann würde ich den auch in Power BI verwenden also in Power BI gilt das wenn ich ein Data-Mail-Haus bau dann habe ich dann numerische Schlüssel natürlich aber dann haben wir ganz andere Möglichkeiten diese Beladung und diese Lookups zu machen als das in Power Query zu bauen also da hätte ich eine eindeutige Sicht für sie auf das Haben wir noch andere Fragen sonst würde ich die Aufzeichnung stoppen Da möchte ich die Stunde drüber kommen Die schwierigen Fragen kommen dann nach dem Stoppen Okay Okay dann würde ich sagen stoppe ich mal die Aufzeichnung das steigt das das